Ja Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Liefel Company und heute spielen wir After Liefel Company, denn so wie Laras After werden wir jetzt nämlich alles putzen, nachdem die Liefel Company am Start war. Das heißt, wir müssen jetzt reingehen, alle Leichenteile aufräumen, putzen und das geben wir dann wieder der Company ab. Deswegen, wir spielen heute After Liefel Company. Was? Du möchtest meinen After putzen? Genau, der wird jetzt als erstes geputzt, habe ich auch die Bürste dazu. Und ja, wir gehen jetzt auch in den Mond und das Tolle ist, das haben wir extra für Lara hinzugefügt, jeder Mond ist jetzt Eclipse, es ist alles einfach nur noch Eclipse. Juhu! Ja, das heißt, wir gehen rein, alle unten in der Beschreibung verlinkt, wir freuen uns, Max Felder dabei, Lara und Laiki und ich würde sagen, wir gehen direkt mal zur Experimentation. Warum heißt es After? Ja, weil wir ja quasi jetzt kein Metall sammeln, sondern die Leichenteile von unseren Freunden, die alle vor uns gestorben sind. Deswegen After Liefel Company. Da hat es hier Putzsachen drin, guck, ihr müsst hier abwärtschauen, mobben. Ich finde es auch gut, dass Lara zugehört hat, was wir machen. Ich war so verwirrt am After, am After machen wir hier vorbei. Kann ich das auch nehmen, aber wir müssen wahrscheinlich erst witzig, wir haben unsere Sachen hier, die Utensilien. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal runter und dann wird geputzt, Freunde, und wir müssen leise sein, es ist eclipsed. Wir sind so am Arsch. Am Arsch, After, ach, ach, ach. Ich kann es nicht nehmen. Warum kann ich das nicht nehmen? Ach, wir sind schon da. Ich habe die Landung nicht mehr bekommen. Komm jetzt, die liegen hier auf dem Boden. Was nehmen wir denn? Okay. Oh, ich höre die Lache. Wir brauchen noch einen Mülleimer, oder? Was ist die Lache? Wie nehme ich denn was? Okay, ich habe zwei Sachen. Und dann, was wir machen sollen. Von euch. Wie nehme ich denn was? Oh Gott. Ach, ach, ich höre Lache drausdrehen. Ernsthaft? Ja, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Okay, lass mal reingehen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert, ne? Wo ist Lachen? Ihr werdet das sehen. Okay. Brauchen wir eigentlich alles, alles, oder reicht eine Sache? Was nehmen wir denn? Ich glaube, wir müssen alles dabei haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein verdammter Gott. Okay. Wie mache ich denn das jetzt weg? Ich habe eine Bag. Oh mein Gott. Pass auf, hinter dir ist was, was dir den Kopf gleich bricht. So, jetzt haben wir das. Hinter dir ist gleich was, was dir den Kopf brechen wird. Wie meinst du das? Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach nur unfassbar krass. Da, Vorsicht. Was ist denn das? Das ist noch okay, aber ich... Oh nein, wir sind am Arsch. Was ist das hier? Nein, nein, nein. Das gibt es doch nicht. Nein, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich stecke fest. Okay, okay. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt raus. Wir brauchen nur noch einmal hin. Wir sind so ein bisschen. Nein, verdammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit! Oh mein Gott, das war jetzt Intense, holy... Caroli. Also Lara sollte fahren. Wenn ich Lara tippe... Wie hier draußen rumgackern, ne? Alter Schwede, ey. Warum hänge ich eigentlich hier unten und kann nicht oben sein? Ich glaube, ich habe hier irgendwie einen Bug. Ich weiß ja nicht mal, vielleicht bin ich hier die Einzige, wie viele Leute höre ich da hinten labern. Ich muss deren Leichen sammeln oder was? Was muss die denn tun? Oh, da kommen ja voll viele! Da hinten sind Glow-Anzüge, aber das sind doch... Ich bin doch die Einzige mit dem Glow-Anzug. Das heißt, das sind Gegner, die so aussehen wie ich. Oh nein! Die laufen alle im Kreis. Ihhh! Oh Gott, ey. Oh, Lara weiß nicht, dass die gleich auf Lara zukommen, oder? Mh-mh. Weil ich schon die ganze Zeit hier irgendwo noch streiten. Vor allem die reden ja auch mit ihr, ne? Ja. Weil ich gerade einen Bug hänge, weil normalerweise, glaube ich, könnte man halt die anderen spectaten, aber ich hänge wohl hier gerade irgendwie im Tod fest. Lara fliegt jetzt eben. Sind das die anderen? Sind die Tod? Weißt Lara überhaupt, wie sie fliegen kann? Ich habe keine Ahnung. Das macht mich voll wahnsinnig. Ich weiß halt nicht, ob ich auch wohin laufen soll. Die anderen sehen nicht aus, wie sie aussehen. Wir brauchen ein Code-Wort. Aber das sind nur zwei. Kann ich die anderen beobachten? Wir könnten dann sonst nur voten, ne? Dann fliege ich weg. Lara hat schon gebootet. Wir voten, dass Lara fliegt, ist gut. Ja. Ich habe gebootet. Das finde ich gut. Dann vote ich auch noch. Ey, die Geräusche, wie viele das sind. Doch, sie bewegen sich alle drei. Aber wo? Nein, das sind jetzt vier? Jetzt sind es wieder zwei? Ich würde sagen, dass jeder von uns nachher eine Sache mitnimmt. Einer nimmt einen Beutel mit, einer einen Staubsauger, einer einen Wischung. Wo ist denn das? Das ist gut. Das finde ich eine gute Idee. Also wieder vier? Ähm. Soll ich wegfliegen? Sind die alle noch am Leben? Aber du hast es jetzt gesehen. Die eine Sache habt ihr aufgesammelt und dann wurde so ein Müllbeutel hinterlassen. Die müssen wir dann zurück zum Schiff bringen. Okay. Aber wo ist das? Ich weiß ja nicht, wo das ist. Vor allem, wie man Knut draußen Hallo rufen hat. Ja, ich höre die ganze Zeit uns rumschreien. So richtig viele Leute. Das ist so gut. Das heißt, nur Teddy lebt. Das ist ja nur gruselig, Mann. Hä? Ich glaube, nur Teddy lebt, ne? Ich wüsste aber auch nicht, wie man fliegt. Achso, sie muss einfach den Schalter drücken. Sie leben. Sie leben. Sie sind tot. Naja, aber Teddy lebt ja noch. Ey, wie, das ist so ein richtiger... Lebt Teddy noch, Chat? So ein richtiger, irrer Haufen draußen, ne? Das sind wir, das sind die Gegner. Ja, dann fahre ich weg. Autopilot fliegt jetzt nicht. Mach ich das? Wie fahre ich weg? Hier? Jetzt da. Fahre ich denn weg? Das muss ich einsammeln? Ich weiß nicht, ich habe einen Fall! Was soll ich machen? Ja, wie fliege ich denn los? Hier ran, oder was? Und dann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. The most paranoid employee passed. The laziest employee. Ja, das passt dann wirklich. Oh Gott. Ey, wir haben alle tot. Ey, was? Wie? Wie zum Teufel? Ja. Ja, ich weiß ja nicht, was ich machen. Oh shit, Leute, die Quota, ne? Fuck, Alter, das war echt schlimm. Ich habe eigentlich die ganze Zeit gehört. Überall. Jaja, das ist ja diese Mod. Wir müssen echt gucken, dass jeder... Also Sportteufel, wie in Hunger Games. Ich nehme jetzt Vacuum Cleaner mit. Jeder nimmt eine Sache mit. Einer nimmt den Beutel, einer den... genau. Und einer den nassen Lappen. Okay, können wir ganz kurz erklären, was diese Gegenstände machen? Putzen. Ja, was passiert überhaupt? Was putzen wir denn? Ja, Leichenteile, Eier, alles. Also egal was. Es gibt jetzt einfach ganz fies... Und woher... Das heißt mit eure? Also was, was, was putzt denn? Ja, deswegen gehen wir zusammen rein und dann sehen wir es. Es gibt Eier, die kann man zum Beispiel in die Mülltüten packen. Dann gibt es zum Beispiel was zum Wegstaubsaugen. Und das müssen wir deswegen zusammenbleiben, dass jeder eine Sache nimmt. Bevor wir losgehen. Es sind draußen Leute rumgelaufen, die so aussehen wie wir. Genau, das waren Mimics. Also da lief zum Beispiel jemand auf mich zu und ich war so, oh, Nike oder so, ne? Und dann hab ich aber gesehen, das ist ja mein Anzug. Genau, das sind Mimics. Das heißt, wir müssen uns an den Anzügen orientieren und wir brauchen ein Safe-Word. Können wir irgendwie, damit wir wissen, dass es ein Spieler ist? Irgendwie sagen Kaktus oder... Ja, aber wir dürfen den jetzt nicht sagen, weil das sagen die sonst. Wir müssen Svenern schreien. Genau, nur wenn wir uns... Okay, warte, ich hab ne Idee. Oder wenn die drauf zuläuft, ich weiß noch nicht, wer das ist. Warte. Oder wir machen sowas. Können wir sowas machen? Sowas? Einfach so, oder twerken oder so? Wir twerken einfach. Machst du Mimics das? Das wird das Wort. Ja, wir twerken, also wir beugen uns und machen Uff. Ja, aber das ist doch, das dauert verlangend schreiben. Weil die laufen auch schnell zu. Nee, nee, du sagst es, aber du darfst das Wort nicht sagen, weil es recordet ja alles, was du sagst. Deswegen niemals diesen Begriff jetzt sagen, den ich aufgeschreibe. Wie macht ihr nochmal das mit dem Schild? Geht auch nur twerken, Leute, weil wenn ich jetzt schreibe, das dauert viel zu lange, wenn gerade ein Gehtner auf mich zu läuft. Du sollst ja nicht schreiben. Du sollst es sagen, deswegen schreibe ich es ja, damit es keiner jetzt sagt. So, oh man, Alter, ich check das nicht mal an. Und ganz wichtig, es ist jetzt Eclipse. Wir gehen da jetzt zusammen, wie es Lara gesagt hat, rein und dann bleiben wir. Und lass uns nichts sagen. Genau, wir sagen gar nichts. Wir bleiben auch die ganze Zeit zusammen und dann checken wir nämlich auch, was ist Nassvision? Was ist, das weiß ich selber noch nicht. Das müssen wir jetzt herausfinden. Können wir kurz ausmachen, wer welchen Gegenstand nimmt? Genau, so wie es jetzt nicht passt. Wir haben es doch alles. Ganz kurz. Jeder hat was anderes. Leute, wo ist Lara? Was? Achso, du hast einen Fehler, ne? Ich bin der Flow. Wie? Sieh Lara nicht. Okay. Ja, die steht hier. Die sieht sie gleich wieder. Okay. Ich lande jetzt. Also, wir sind jetzt ruhig. Okay. Dann gehen wir zusammen rein, dann erfahren wir zum Beispiel, Laras Müllbeutel sind für Eier. Wofür ist meins, weiß ich noch nicht. Wofür deins ist, weiß ich noch nicht. Wofür deins ist, weiß ich auch noch nicht. Das heißt, das finden wir jetzt heraus, weil wir zusammen als Team reingehen und das herausfinden. Wie seid ihr gestorben? Der Chat sagt gerade, das Safe Word ist nicht mehr safe, weil wir es gesagt haben. Ne, wir sind ja noch nicht da, oder? Sind wir schon da? Ne. Ich lande jetzt gleich. Ja, deswegen. Dann ist ja okay. Okay. In drei. Zwei. Ich glaube, Max Pizza ist da. Warte. Ich glaube auch. Eins. Er ist schon weg. Warte. Nur warte. Das ist doch nicht schlimm. Das braucht jetzt eh, bis wir unten sind. Na gut, okay. Aber wir dürfen mal nicht reden. Okay. Okay, ich muss dann kurz an die Tür. Stimmt. Okay. Jetzt gehen wir zusammen. Immer schön zusammen bleiben. Okay. Was hast du gemacht? Rauben zusammengekehrt. Seid ihr alle da? Max wählt. Max steht am Eingang. Was ist das? Das muss ich merken. Ist ja voll laut, Mann. Wir brauchen einen Wischmopp. Ich habe gerade Sperm aufgesaugt. Das ist Max. Max, wir brauchen dich für Sperm. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Was muss ich machen? Wo? Wo? Aber ich sehe hier nichts. Auch vor dem Schrank. Ne, ich habe einen Besen. Entschuldigung. Ach so. Max? Sonst gehen wir weiter. Ist egal. Ich höre dich. Doppelt. Echt? Ja. Weird. Nichts. Ja. Das kann ich machen. Ist das der echte Max? Oh ja. Ich gehe ihn holen. Max? Ja. Ja. Wo bist du? Lass uns zusammenbleiben. Oh mein Gott, ich sehe das Mädchen. Oh mein Gott, ich sehe das Mädchen. Leute, seid ihr hier irgendwo? Ich sehe das Mädchen. Ähm, ich sehe das Mädchen. Ich bin paranoid. Und jetzt? Ja. Komm mit, Max. Oh shit. Da ist was. Komm mit, komm mit. Oh oh, Leute, das ist ein Conehead. Ich bin noch einer der Anwand. Ich habe keine Lampe mehr. Und ein... Ah! 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 Nein! Verdammt! Mann! Oh mein Gott, was ist das denn? Mein Gott, das war close. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ähm, du musst den angucken. Oh. Dann? Komm auf mich zu. Geh. Nach links, links, links. Und jetzt zu mir. Weiter links, links, links. Zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Ja. Ich habe das Geistermädchen. Links. Du musst ihn immer weiter angucken. Zurück, zurück, zurück. Okay. Zurück, 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 zurück. Aaaaah! Zurück, ein Stück nach rechts. Zurück, ein Stück nach rechts. Zurück, zurück, zurück. Zurück, jetzt rechts und direkt raus. Direkt, rechts raus. Oh mein Gott, fahren ist knapp. Holy moly. Zurück, zurück zum Schiff. Komm. Seid ihr das? Seid ihr das? Ja, ja. Okay. Oh, oh. Er hat schon gegnert, wie er das gleiche sagen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Boah, hab ich jetzt irgendwas, ich habe irgendwas zusammengekehrt, aber hab ich irgendwas gesammelt? Ne, ne? Wir werden uns wieder gegensammelt, ne? Ja, ich höre nur euch jetzt. Die anderen Stimmen sind weit weg. Aber ich seh' dich nicht. Seh' dich einfach nicht. So skurril. Ich habe halt das Geistermädchen. Das ist halt jetzt richtig kritisch. Ja, dann fahrt. Wie sieht man das denn? Du bekommst immer nur eine angezeigt und dann ist das so ein kleines Mädchen mit einem roten Kleid. Ach du Scheiße. Ich schätze mal, dass Gnu gestorben ist und dass ich deswegen das Geistermädchen jetzt habe. Oh Gott. Ja, ich muss meinen Müllbeutel unbedingt einsammeln, ne? Sonst habe ich es nicht verpackt. Hey, wir haben noch nicht eine Sache geholt, ne? Das ist so schwer. Haben wir genug gesammelt oder haben wir überhaupt was? Wir haben gar nichts, ne? Ne. Wir haben auf jeden Fall nicht genug. Wo sehen wir denn, was wir haben? Wenn du einen Rechtsklick drückst. Ich hab mal ne Frage, weil... Ich hab versucht, da irgendwie was aufzuwischen, aber wie geht denn das? Einfach E gedrückt halten. Ah, okay. Ja, aber ich hab nichts sammeln können. Doch, dann ist da irgendwo ein Müllbeutel. Also in dem Schrank, wo wir waren, wo Max hätte aufwischen können, war ein Müllbeutel. Ich hab den Müll nicht mitgenommen, shit. Was ist das hier? Was liegt hier? Ähm, das ist so ein Sauger, den Gnu dabei hatte. Ach, soll ich den nehmen, oder? Also ich hab jetzt einen Mob, einen Besen und Müll. Äh... Wieso höre ich echt Gnu nicht mehr? Ich glaub, wenn du einen Müllbeutel hast. Der ist tot. Ach so. Problem ist halt, da wir einen Spielstand geladen haben von ihr, der schon eine höhere Quote hat, wenn wir die Quote nicht erreichen können. Warum höre ich Gnu noch? Oh, da wollt grad ein Mimic kommen. Äh, das sind die Gegner. Alter, da wollt grad ein Mimic aufs Schiff. Wir haben doch diese Stimmen, diese Spockteufel, wie bei Hunger Games. Voll geil, voll geil gemacht. So, was ist der Plan? Ach so, wir fahren, okay. Hilfe. Der Plan ist wir fahren. Der Plan ist wir fahren. Hm. Der Plan ist wir fahren. Ich weiß, wenn wir nochmal neu anfangen. Ähm, da war grad grad ein Mimic auf euer Schiff, ne? Ich hab grad die Tür zugemacht, weil ich das gehört hab. Irgendwas. Es ist richtig. Die sieht ein Mimic aus. Die sehen aus wie wir. Aber egal, wir werden jetzt eh erstmal, äh, bei der Kompeten was abgeben. diesen komischen Geist mit dem Kopf gesehen. Ja. Was muss man da tun? Weggucken oder angucken? Was für ein Geist mit dem Kopf? Der sieht aus wie eine große Puppe, wie ein Crash-Dummy. Ah, den musst du mal anschauen. Den musst du angucken. Immer auf den Kopf gucken. So, Leute, dann gehen wir mal unsere erbärmliche Beute ab. Ganz kurz, was? Ich hab, mein Inventar ist voll. Sollen wir uns irgendwie absprechen, wer was nimmt? Genau, das wollten wir auch. Ja, gut, dass du ihm zugehörst. Was soll ich denn nehmen? Ja, ja, naja, aber wir haben ja nicht ausgemacht, wer was... Doch! Müllbeutel. Hä? Aber warum habt ihr denn dann Müllbeutel gehabt vorhin? Weil wir schon Sachen verpackt haben. Ja. Mhm. Hä? Aber das verstehe ich nicht ganz. Wo habt ihr denn die Müllbeutel zum verpacken her? Wenn ich Sachen mit dem Besen aufkehre, landen die in einem Müllbeutel. Ja, und dann? Es gibt aber Dinge, die ich nicht aufkehren kann. Ah, das heißt ich zum Beispiel kann nur die Eier aufheben. Genau, deswegen nimmt ja jeder eine Sache und dann müssen wir halt die Müllbeutel mitnehmen, sonst haben wir nichts. Das heißt, wir können jetzt nur eine Sache abgeben. Dann kann ich aber noch was mitnehmen irgendwie. Würde ich nicht, weil sonst... Ne, du brauchst ja den Slot für dann die Sachen, die auch oben sind. Okay, verstehe. Hm. Also wir haben zwar noch einen Flaschen und so hier drin von dem letzten Run, aber das reicht halt alles nur. Sag mal, was mach ich denn, dass ich Lara wieder sehe? Ja. Sollen wir mal restarten? Ja. Mal müssen wir eh gleich. Müssen wir eh gleich. Müssen wir eh gleich. Okay, dann lass mal loslegen. Können wieder zurück. Ich hab Hunger. Garbage. Zwei Müll einmal ließ. Zwei Müll einmal ließ. Gut, dann müssen wir sowieso gleich nochmal die Runde stammen. Ist auch besser. Aber jetzt haben wir das Prinzip verstanden. Ja. Und sind bereit, eine Corona durchzurauchen hier. Aber zuallererst kommt mal um mich rum. Hierher. Ich kann euch jetzt nur sagen, das gleich wird jetzt sehr schmerzhaft. Ähm, am besten nehmt euch ein Zehbar und beißt drauf und lasst es einfach geschehen. Okay? Gut. Mhm. Schön mit euch. Was ist passiert? Es war schön mit euch! Oh mein Gott. Oh, we are dead. Simply dead. Okay, wer nimmt was? Na, ich nehm nochmal, wie eben, diesen Broom. Okay, ich nehm den Vacuum. Du würdest geben den Mob? Nein. Alter, nehm den Mob. Ich nehm den Mob. Dann nehm ich den Besen. Taschenlampe haben wir nicht. Taschenlampe haben wir nicht. Bestellt. Das heißt, wenn die gleich kommen, müssen wir einfach nur kurz warten. Den Bag hat's noch. Und dann würde ich sagen, starten wir. Die, die müsste Lager haben, ne? Die was? Die Bag. Die, die Bag Bob. Ja, hab ich. Ja, nice. Okay, dann darf ich jetzt mal leise und warten, bis es wieder landet. Müll. Okay, pscht, pscht, pscht. Wir warten noch auf die Flashlights. Das Goldwort ist noch das Reich, oder? Okay, okay. 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 Whitney. נה. was war das denn gerade ach du scheiße Oh Gott, das ist so ein Fiebertraum. Ich brauche die Leute, sonst funktioniert es nicht. Ich glaube, dass jeder von meinen Freunde tot ist. Oh Gott, ich glaube, die anderen sind auch tot, ne? Ja, die sind beide tot. Okay, lass fahren. Wir müssen uns da echt besser zusammen... Leute, er hat auf zu essen und konzentriert euch. Hör einfach nur die ganze Zeit Leute rumschreien. Das ist die erste Map, ey. Das ist super, oder? Du wolltest überall das Gleiche. Du hast gesagt, das wäre eine gute Idee. Oh Gott. Wir müssen echt straight rein, sofort alles aufwischen, weil ich hatte jetzt, glaube ich, fünf Sachen gesehen, die ich nicht aufnehmen konnte. Ja, wir müssen direkt rein. Oh Gott. Du hast mich getötet. Du hast mir das Gesicht. Nein, das war ein Mimik. Du hast mir das Gesicht. Das war ein Mimik. Wir müssen echt schnell sein. Also wir müssen richtig... Wie erkenne ich die denn? Wie erkenne ich das? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Die kommen einfach auf sich zu gerannt. Wir müssen direkt rein. Das Beste wirklich direkt Sachen holen und als Team rein, schnell durchlaufen und raus. Das ist nicht viel. Das sind nur 130. Okay, ich drücke. Also der Sahne... Wir gehen jetzt zusammen rein, ganz leise, so schnell es geht und ganz schnell konzentriert wieder raus. Okay. Para neue Müllbeutel. So, ich hab doch. Para neue Müllbeutel. Gut. Jetzt höre ich die ganze Zeit, Lara, neue Müllbeutel. Ja, ich auch. War der erste Satz, den wir heute genannt haben. Mann ey, warum? Hey komm, wir müssen es schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Okay. Gleich rein, Leute. Gleich rein. So, zusammen. Drei, zwei, eins, alle zusammen, let's go. Hier hat's was. Ach du Scheiße. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, critical. Komm, wir gehen über den Exit rein, Lara. Komm, let's go. Wir gehen über den Exit rein. Acht. Sind die alle beide tot? Ja, ich weiß nicht. Fuck. Ich hab keine Taschenlampe, ne? Ich hab, ich hab... Alles gut. Trust me. Hey, das geht's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir das nicht schaffen. Das ist so hart. Mein Gott, Alter. Ich glaub, da schreit einer von denen noch. Okay. Bist du bereit? Ich mach die Taschenlampe. Let's go. Okay. Hier liegt was. Kannst du das nehmen? Müllbeutel, sehr gut. Oh oh. Nimmst du das? Hä? Nimm den Müllbeutel. Aber kann man nicht... Aber da steht was. Egal. Guck's nicht an. Mach's einfach. Nicht angucken. Nicht angucken. Okay. Es geht weg, ja? Müllbeutel. Und dann mitnehmen. Sehr gut. Lass weitergehen. Komm. Hier hoch. Bist du da? Das tötet uns. Ich kann hier noch was? Ja. Sehr gut. Hier, ich kann noch ein bisschen vacuum. Hier hat's noch Müllbeutel. Ich vacuum nehme. Mop, 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 mop. Ich pass auf, dass nix kommt. Hä? Ah, ich kann vacuum, oder? Ich kann ja gar nix. Jetzt auch noch mal Müllbeutel. Ja, ich bin schon full jetzt. Nice. Gib mir sonst einen. Machen wir hier noch mal Müllbeutel. Ja, okay. Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Ich nehm die Müllbeutel. Gib mir gerne alle. Oh, ich kann das nicht. Müllbeutel? Genau, unten. Nice. Nee, das geht nicht. Das ist... Warte, doch. Warte. 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 Jetzt. Geil. Mal ein bisschen buggy. Dann gib's gerne mir den Müllbeutel, wenn du magst. Dann geh mal raus. Das waren jetzt zwei Müllbeutel, glaub ich. Ja, guck mal, da ist noch einer. Perfekt. Nimm den mal. Wo ist der? Ich seh den nicht. Im mittleren Regal rechts. Seh ich nicht. Kannst du den kurz raus holen? Warte, ich dropp einen. Ich dropp einen. Perfekt. Okay, geil. Lass abhauen, komm. Sehr gut, girl. Perfekt, ey. Ganz schnell raus. Komm, 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 komm. Okay, let's go. Schnell raus. Okay. Komm, schnell. Okay. Oh, weil Müllbeutel war. Da ist immer noch einer. Vorsicht. Ich kann nicht mehr schauen. Ich frageё. Ich mach dich. Du bist gut. Du bist gut. Ich komm. Okay, okay, okay. Nein, nein, ich bin tot. Scheiße. Mittleres Regal rechts. Mittleres Regal rechts. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, was war das hier? Wir müssen voten, voten, voten. Weg, 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 weg. Warte mal, Gnu bist du's? Oh mein Gott, okay, lass abhauen. Oh mein Gott, oh mein Gott, wieso lädt sie noch? Oh mein Gott, das ist krass. Ach du Scheiße. Sag mir bitte, hör auf. Wie lebt sie denn noch? Oh mein Gott, ist es gruselig. Oh Scheiße. Ist das gruselig, Alter. Liegt es an ihrem Anzug oder was? Es kann halt wirklich sein, ja. Ach du Scheiße. Wie geht man raus? Wie fährt man raus? Im Wildbeutel. Wie fährt man raus? Wie geht man raus? Ey, aber sag mal, wie fliegt man denn wirklich weg? Was soll ich tun? Oh, an den Hebel, an den Hebel und eh drücken. Ich mach die ja nach, ne? Warte, wie? Ja. Guck mal, wie eklig macht die nach? Nein, ernsthaft, Leute, wie geht man raus? Was kackt ihr zusammen? Haha, Lara. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Sehr gut, lass weitergehen. Oh Mann, ey. Was mach ich denn? Was macht denn mein Mimic, ey? Das ist eine richtig große. Jetzt wird's liegen. Und jetzt? Ach du Scheiße. Oh Mann. Wow. Es ist geil. Und jetzt? Wow, ey. Alter. Es war nicht genug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy Shit. Was war das? Es war einfach nur ein Bug, ne? Wie geil. Oh mein Gott. Wie der um dich rum gewuselt ist. Alter, wie widerlich. Und dieses Smiley-Gesicht, wie es mich angestarrt hat. Ja. Das ist so gruselig. Das hat mich auch voll eklig imitiert die ganze Zeit. Alter. Der hat mich nicht getötet, weil ich es nicht angesehen habe. Oder warum? Ich weiß nicht. Es war noch ein bisschen Gnu drin. Es konnte dich nicht töten. Oh. Achja. Ja, das war schief. Das ist die Gnu, ey. Das ist die Gnu hat sich übers Herz gebracht, Lara zu töten. Holy Shit, ey. Sollen wir mal zu einem anderen gehen, zu Titan? Ich hab das Gefühl, da sind wir schneller irgendwie da, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Oh. Warte mal, wir haben jetzt ganz so die Müllfreunde gesammelt. Müssen wir die hier erstmal hinten bringen? Das reicht doch nicht. Doch, klar, oder? Ah nee, 106, ne? Oh, ganz wenig noch. Mäuschen, das schaffen wir. Also, ich nehme jetzt den Vacuum und wir bleiben jetzt mal wirklich alle zusammen. Ja, wirklich. Das heißt, es kommen jetzt... Ich will einmal was reinigen. Es kommen jetzt Taschenlampen. Die holen wir und dann schleichen wir alle zusammen rein. Hast du die Müllbeutelchen, Lara? Na klar. Gut. Seid ihr bereit? Ja, yes. Ja. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist so richtig süß. Egal, wir gehen, wir schaffen das, kommt. Wir bleiben eh zusammen. So, wir müssen nur aufpassen, dass keine Mimics entgegenkommen. Vorsicht. Leute, ich will diesmal nicht zuerst sterben, ich bin wie Kenny bei South Park. Warum reden wir? Haben wir hier keine Sporthöfel? Gerade nicht, ne. Okay. So, okay. Sollen wir vielleicht den Exit rein? Boah, ich seh gar nichts, ne. Ne, ich seh auch nichts. Nur ist die einzige mit Lampe, ey. Hier ist besser, let's go. Hier ist Vakuum, Leute. Wo? Am Eingang. Also Ausgang. Oh nein, wir haben einen Sporthöpel. Ja. Ja. Hier wahrscheinlich. Okay, es wird sperrt, wir müssen dann den Haupteingang nehmen. Okay, super. Okay. Alle da? Ja. Mhm. Okay. So, wir gehen rein in drei, zwei, eins. Hier ist was? Kann ich machen, Moment. Okay. Okay. Wir gehen hier rein. Okay. Okay. Wir gehen hier rein. Ich höre ja doch irgendwie komische Geräusche. Hier ist wieder was. Hier ist Saft. Saft. Es ist eklig, dass du Flüssigkeiten hier einsaugst. Hier ist wieder was. Das kann ich auch machen, ihr müsst nur den Sack nehmen. Ja, ich nehme ihn. Das ist witzig, eigentlich wir sind so richtig aus Mr. Swiffer-Trupp hier. Hier hat's noch ganz viel. Hier hat's noch ganz viel. Hier hat's noch ganz viel. Ich saug nochmal. Was kann ich machen? Warte. Und das kann ich wegkennen. Ich kann ja mit den Sack holen. Nehm ihn. Da ist noch einer. Ja. Und ja. Ja, ich mach nochmal die Flüssigkeit hier. Moment. Ich kann auch noch eine nehmen. Ich kann noch drei. Ja. Hier ist noch einer drin. Okay. Ich habe jetzt alle Säcke. Ja. Ich auch. Ich kann noch einen Sack nehmen. Wir sind wieder hoch, ne? Es ist dunkel, ey. Das ist unangenehm einfach. Dann sollen wir vielleicht raus? Ja. Ich würde gerne abnehmen. Ja. Das würde schon reichen. Okay. Wo war denn der Ausgang? Hier, ne? Hier, ja. Ich möchte meine Säcke abladen. Hier. Jetzt hier raus? Ja. Ja. Okay. Jetzt könnt ihr eine Abkürzung nehmen. Willst du runterspringen? Nee. Kann man ja. Ja, nur nicht ganz runterspringen. So, dann kannst du hier drauf jumpen. Okay. Okay. Ganz schnell zum Ship jetzt. Jetzt bin ich ganz... Aua. Uff. So. Und die Säcke laden wir ab, alle? Ja. Boah. Ich bin fast dead. Kann man sich heilen? Nee, ne? Nee. Du heilst gleich automatisch. Aber ich glaube, wir haben es, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. 419. Wir haben auf jeden Fall richtig viele Säcke hingepackt. Geil. 419 von 300. Stark. Wupp, wupp. Boah, fett. Boah. Ich habe überlebt. Wir haben alle überlebt. Boah. Ja, Teamwork, Leute. Wir haben vorhin nur kein Teamwork gemacht. Das war das. Hat einfach jeder gemacht, was er wollte. Er? Ja. Ich wurde halt dreimal gesnackt, aber... Team... Arbeiten. Team, the most paranoid employee. Seid ihr bereit? Wieso bin ich immer the laziest employee? Ich habe drei Säcke getragen. Lazy? Ja, da stand the laziest employee. Echt? Crowder 0. Was redet der? Der redet ja eigentlich was anderes jetzt. Können wir nochmal Taschenlappen holen? Schnell. Erstmal abgeben jetzt. Ah, okay. Ehm. 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 O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Oh, das ist voll laut. Ach, sind wir schon, ne? Das ist doch richtig. Guardian ist richtig. Okay, let's go. Yoi. Geil. Weg mit den Säcken. Ich trau mich gar nicht mehr zu reden, weil ich die ganze... Ich hab voll die Paranoia, ey. Ja, die haben alle hier reden. Hier kannst du reden. Hier wird alles gut. Hier darfst du reden. Perfekt. Oh, sorry. Oh, Gott. Oh, Gott. Hallo, hallo. Nicht mit mir. Daddy ist zu Hause. Oh, Gott. Hol den Scheiß ab, Mann. Los, hol den Scheiß. Hält mich ab. Kauf meinen Scheiß. Kauf meinen Scheiß. Kauf meinen Scheiß. Genau, Kauf meinen Scheiß. Geil, Lampen, Kinder. Lampen. Oh, finally. Paycheck. Wow, Leute, das war doch mal hier. Look at this. Eigentlich hätten wir gar nicht so viel abgeben müssen, ne? Warum? Das war gar nicht so clever. Wieso? Weil wir nur quasi eigentlich 130 hätten abgeben müssen und 419 abgegeben haben. Hä? Aber was? Das wird nicht übernommen, oder was? Sondern wir hätten einfach nur ein paar Mal hinfliegen müssen. Ach so, Leute. Wir hätten das schon mal aufheben können für die nächste Quota. Ja, shit. Oh, ich wusste nicht, dass es geht. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so ist. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Quota und genau so. Wir gehen auch noch mal zu Titan, oder? Das war super. Ist das das Gleiche, wo wir waren? Ja. Ja. Okay. Lampen haben wir alle, ne? Sie. Ja. Okay. Let's go. Ja. Ich dachte schon, dass ich direkt vorm Ding war. Okay, let's go. Und Vorsicht, dass keine Mimics euch entgegenkommen. Man sieht so schlecht. Mhm. Ich hab meine Taschenabend. Okay, let's go. Du klangst wie Luigi. Wie dein Anzug, Teddy. Wow, 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 wow. Okay, ich hab mit dir. Ey, wie nachher die Monster diese Scheißgeräusche machen. Herr Mimics. Lala lalalalalala. Lala lalalalalala. Oh, oh. Ich hab was so'monster sagt. Schlaf mit mir. Ah. Verdammt. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der kam. Oh mein Gott. Einfach nur. Holy moly. Wir wurden richtig die Toilette runtergespült, Leute. Ja, ist wie ein Club da, ist egal wo. Ich labere noch von wegen, jetzt haben wir den Bogen raus und ey. Ach du Scheiße. Egal Leute, zwei Tage reichen uns. Ich bin der einzige mit einer Taschenlampe. Oh mein Gott, ey, wieder alles weg. Sollst du wieder hier, laziest Employee, natürlich. Warum bin ich immer der Lazy, ist der Employee, ist das so gemein. Lazy, I'm gonna be lazy. Oh Gott, zwei Tage, das schaffen wir, oder? Ja, ähm, also Team... Team. There is no I in Team. We need the flashlight again. Ja, können wir im Glück gleich bestellen nochmal. We have to buy the flashlight. Okay. Tighten passt, Flashlights sind bestellt, auf geht's. Wir müssen mehr nach oben gucken. Wieso haben wir uns denn direkt... Weil die, die gerade uns entgegengekommen sind. Wir müssen tatsächlich gucken, ob bei der Leiter jemand runterkommt. Okay, wir warten auf die Flashlights. Oh mein Gott, stimmt. Wir sind jetzt schon viel weiter. Aber dadurch, dass... Mir schreibt gerade jemand, wenn ihr wesentlich mehr abgebt, als die eigentliche Quota, wird das für die nächste angerechnet, gegebenenfalls eine Quota überspringen. Deswegen sind wir jetzt schon bei 400, weil eigentlich müssen wir jetzt erst 300 machen, sei es bei Quota 3. Oh mein Gott. Aber das ist doch gut, dann zählt ihr das doch doch. Oder nicht? Kommt da schon wer? Wow, was ist das? Also. Ja. Nein! 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 Hey, es ist so schwer. Oh mein Gott. Ich will nicht raus. Ist Gnu tot? Das Gnu ist auf jeden Fall tot. Scheiße. Ja. Machen wir jetzt. Ich weiß nicht. Ach, was machen wir jetzt? Das ist Leiky. Wo ist er denn? Leiky macht es. Also Leiky lebt. Ich bin tot. Nein! Wie hättet ihr nicht reden dürfen? Oh mein Gott. Die haben gar nichts mehr gesagt. Die hören wirklich Atmen. Die hören alles. Alter. Aber gut, vielleicht mal. Oh, guck mal, das ist eine Leiche. Oh mein Gott, ey. Ach, wie witzig. Der räumt wirklich Leichen auf. Lol. Was ist ein Leiche ist denn das? Von irgendwem? Von irgendwem Leiche, ne? Ja, also du räumst quasi Afterleafel Company auf. Ach du Scheiße. Aber das war eine Herausforderung. Ja, voll. Ey, jetzt müssen wir mal vielleicht echt mit Leuten aus der Community spielen. Ich hab dich, ich hab dich nur gesehen genug, wie du einfach nur weggerannt wirst. Ja. Und ey, und ich hab sofort die Tür zugemacht. Und plötzlich kommt das Ding auch noch durch die Tür dann wieder rein, ey. Voll gemein. Meine Güte, ey. War voll gemein. Meine Güte, ey. Fuck. Aber krass, ne? Intenso. Ja. Ich will einfach nochmal raus in dieses scheiß Haus rein. Aber man kommt nicht an. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht raus. Oh, Lara, ich hör dich. Die hören sich, glaub ich, auch gegenseitig reden, ne? Deswegen drehen die ganze... Oh Scheiße. Oh, verlei. Ähm. Du wurdest ja richtig weggesnackt. Ist der hochgesprungen. Ja, das wird komplett weggesnackt. Ist der hochgesprungen? Er hört die Schienzeit reden? Ich glaub, die Monster hören sich gegenseitig reden und greifen sich deswegen die ganze Zeit an. Die Hunde. Ich gehe gleichzeitig. Weil die ja reden, die reden ja eigentlich nicht. Ich will jetzt wieder laziest person kommen. Nein, diesmal gar nix. Einfach gar nix mehr. Ach, genug. Genug was? Jetzt hast du wenigstens versucht, noch irgendwas mitzunehmen, ne? Ja, ich dachte, du bist auch tot, deswegen... Äh. Aber wenn er sich bewegt auf der Map ist, ist das tot eigentlich, oder nicht? Du kannst teilweise auch die Mimics angezeigt bekommen. Echt, ja? Ähm. Die sich dann auch bewegen, ja. Mein Gott, Alter. Wollen wir nochmal Titan oder Experimentation? Völlig egal, das ist überall genauso schlimm, also. Ja, wir lassen Flashlight. Einer von uns hat hier die grandiose Idee zu sagen, so lass mal auf jedem Mond Eclipse sein. Ja, das ist ja wenigstens mal eine Herausforderung jetzt. Also wenn jetzt wieder die Hunde da sind, gehen wir ohne Flashlights, weil das können wir vergessen. creditscheiden. Oh! Beep? Beep! Ha! Pass! Pass! Wenn das,! Ok! Ah! Ok! 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 Sieht gut aus. Ich glaube, dass wir das jetzt Problem haben, dass jetzt gleich Mimics kommen. Wo ist Laiky? Warte, hier. Okay, let's go. Und immer schön nach oben gucken, weil es können wirklich Mimics kommen. 100 Pro sogar. Vertraut niemanden. Nee, vor allem nicht dir. Ich habe den da noch mitbestellt. Hä? Du hast einen Lockpicker bestellt. Nö. Nein. Aber ich kann verschlossene Türen jetzt öffnen. Aber das habe ich nicht gestellt. Ich habe ja nur vier Pro-Flashlights. Okay, jetzt guckt nach oben. Kommt da was? Kommt nix, kommt nix, kommt nix, kommt nix. Okay, let's go. So, haben wir vielleicht den Fire-Exit. Ich habe das Gefühl, da kommen nicht so schnell so Arschlöcher. Ja, lass das versuchen. Okay, drei, zwei, eins. Okay, ist hier irgendwas? Hier haben wir direkt was? Hier. Okay, raus, raus, raus. Oh mein Gott. Habt ihr alle überlebt? Ja, sehr gut. Alter. Holy fuck, ey. Das ist das erste Mal, dass ich das überlebe. Okay. Ach du Scheiße. Es soll nichts aufdrucken. Okay, wir gehen hier rein. Oh mein Gott. Ist Flüssigkeit direkt an der Tür? Ja. Direkt an der Tür, Knob. Oh, oh, oh. Nee, hier, Mob. Mob. Ja, ja, ich wisch auf. Nichts weit gehen. Ich hör da was. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Raus, raus. Okay, wir sind auch scheiße. Oh mein Gott. Ist auch ein anderer Weg. Ich hör nur, ich hör nur raus, raus, raus. Okay, hier ist halt auch wieder der Typ. Können wir noch irgendwo anders rein? Kann ich meinen Eimer? Okay, zau. Oder jemand lenkt ihn. Ich will meinen Eimer schon mal ablegen. Kann ich ihn nur draußen einfach lassen? Rein und direkt links. Okay. Rein und direkt links. Let's go. Lara, wo ist Lara? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Denny, kannst du nicht aufheben, diese Knochen. Ich mach, ich mach, ich mach hier. Ah, ah. Okay, und jetzt? Gehen wir da jetzt wirklich rüber? Ja. Ich bin voll. Ich auch. Ich hab hier ganz viel. Hier ist richtig viel. Wartet mal. Wartet, bleiben wo ich sein kann. Hinter dir, Lara, hinter dir. Hier, hier. Oh shit. Komm, komm, komm. Spring, 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 spring. Spring, spring, spring. Ja, sehr gut. Okay. Ich bin froh. Können wir bitte irgendwie raus? Hol dir das. Komm, hol dir das hier. Das hier, das hier. Den Trash. Ich hab, ich bin voll. Ich bin voll. Ich kann nicht mehr. Okay, dann schmeiß die Taschen. Warte, ich schmeiß meine Taschen weg und hol das. So, wir gehen jetzt zurück zum Schiff. Da ist aber das Viech. Ja, schaffen wir. Ist egal. Da hat's noch was, ne? Warte. Ich schmeiß jetzt kurz das weg. Moment, ich spring. 3, 2, 1 und jump. Und ich hol jetzt noch den Trash. So, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Okay, raus, raus, raus. Komm, 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 komm. Raus, 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 raus. Oh mein Gott. So, wir gehen jetzt ganz schnell hier runter. Komm. Willst du eine Abkürzung nehmen? Ich hab Angst, dass da Mimics sind, weißt du? Aber vielleicht hier auch? Ich hab richtig Angst. Eins, zwei, drei, vier. So. Oh. Wir haben immer noch nicht genug. Was hast du noch? Oh, nice, nice. Ich hab zwei Eimer. Es ist gar nicht so unrealistisch, wenn wir nochmal reingehen, dass wir es eventuell schaffen. Willst du da echt nochmal rein? Anders, wir haben eh keine Wahl. Wir sterben ja sonst. Okay, cool. Okay, nein, dann rein. Oh Gott. Es sieht so witzig aus, wie du läufst. Oh shit, ich hab keinen Backium Cleaner, aber ist egal. Hast du den oben drin noch liegen, oder? Der ist drin, der ist drin, ja. Quick Point. Wie viel brauchen wir denn noch? Noch mal so viel wie eben? Nur noch 120. Weniger. So, direkt rein und links. Okay, warte, warte, warte. Okay, 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1, los. Okay, line geht's los. Okay, jump. Geh mal vor, ich weiß nicht wohin. Kann ich nicht. Backium Cleaner, wo ist der? Backium Cleaner, hier vorne. Nimmst du? Wo, 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 wo? Da ist der, hier, hier, hier ist der Trash. Hier, hier vor mir. Moment, wo ist er? Ich sehe nicht. Hast du ihn? Ne, da ist er. Okay, sorry. So, jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn für Pile of Nails? Jetzt, die liegen ja noch so ein paar Sachen rum, die wir auf jeden Fall holen können. Ja, ja, ja. Was brauchen wir denn für? Hier, jetzt über Pile of Nails. Also nicht mit... Warte mal. Ah, brauchen wir denn Bs? Broom. Broom brauchen wir ja. Okay, Moment. Ich hole das. Lass zusammengehen. Komm, komm, komm. Okay, warte, ich komme. Oh, oh, warum kommt der nicht? Gut. Okay. So, wir holen uns jetzt beide den Broom, weil dann schaffen wir es vielleicht, weil es ist noch so viel. Okay. Boah, es wird spannend. Ich hoffe, die beiden hören uns zu und drücken uns die Däumchen. Ja. So, das heißt, wir nehmen jetzt beide den Broom. So, Broom, let's go. Und dann direkt wieder hoch. Oh shit, warte, ich muss den nehmen. Warte, warte, ich habe noch keinen Broom. Ähm. So, okay. Warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Anna. Schnell, weil wir... Ja, ich kann den Broom noch nicht nehmen. Du musst... Das liegt am Boden. Ich muss hoch, weil wir... Das Ding fliegt gleich. Unser Ship. Wir haben auch Zeitdruck. Okay, ich komme. Komm dann nach links. Scheiße, ich hätte die Taschenlampen aufladen sollen. Ist egal. Gott, ey, helfe. Under pressure. Keine Mimics, bitte. Wo bist du hin? Hier, links. Okay. So, Moment. Oh, da kommt was. Lauf, noch, noch, noch. Alles gut, alles gut. Fuck. So, Moment. Jetzt musst du hier Broomen, hier hinten noch, hier. Nimm mal den Sack, ich Broom für dich. Du nimmst den Sack. Nimm. Ne, ich mach schon. Okay. Und oben ist auch noch eine Stelle. Hier oben. Okay. Oder wir haben noch irgendwas zum Broomen. Ne, okay. Gut. Hat's nicht mehr, dann lass gehen, weil die Monster kommen gerade alle. Okay. Okay. Konzentration mit Jump. Moment, ich jumpe. Ui. Ja. Okay, du jumpst. Okay. Und dann raus. Hey, ich hoffe, das reicht, ne? Ich hoffe auch. Jetzt fliegt auch gleich unser Ship, ne? Wir haben nur noch eine Stunde. Oh Gott. Bitte, lass es reichen. Bitte, bitte, bitte. So, einen Sack hab ich noch. Bitte. Bitte. Ja. 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 Oh mein Gott. Wir haben's geschafft, glaub ich. Alter. Ey, Teddy. Gangsters in Paradise. Oh nein, Toad, das sind 300, oder? Nein, oder? Aber hier steht 489 im Ship insgesamt. Doch, doch, wir haben's geschafft. Ja, ja, ja. Das müsste passen. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Puh. Ich brauch nur Delfin-Therapie. Ja, ich auch. Diesmal Paranoid. Komm. Boah. Nice. Oh Gott, Leute. Hey, das war richtig strong von euch. Alter Schöne. Es war nochmal richtig hart. Okay, wir gehen zu Company. Und geben ab. Ich bin so stolz auf euch Kadetten. Alter Vater, ey. We did it. Yay, yay, yay. Yay. Crazy shit, ey. Die Geräusche hier auf einmal. Ja. Oh, Feierabend. Oh, ja, wie das duftet. Oh, voll schnell. Oder? Hey, da kommt niemand alles. Er doch nicht. Du willst nochmal wissen. No. Ja, okay. Oh Gott, we did it. Oh mein Gott, we did it, Leute. Ey. Holy shit. Das war doch eine geile Runde. Wenn ihr mehr sehen wollt, vielleicht auch mit Community und Lara und Max und Liky, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder gebt uns eure Mod-Pakete, die wir das nächste Mal probieren. Ich bedanke mich bei euch drei. Es war wieder faszinierend und toll. Und das war mal eine geile Challenge, finde ich. Ja. Jetzt dürft ihr offiziell essen. Nichts. Ha 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 ha!